Hectorino Pocajino Gaming Pals Willkommen zurück bei Open Game Night mit Cs Mo und mit Hectorino Wir sind gerade am rumwildern vor dem Krankenhaus Ja man, Dead Nation Er hat gerade gedacht, du bist es Und wir spielen heute Polizei Heute spielen wir heute Polizei ausnahmsweise Und wir müssen jetzt ins Krankenhauspatient Jawoll Einfach in Ecke geschlagen und totgeschossen Also machen wir es aber auch immer Das mache ich mit jedem so Jawoll Du verrückst schon das erste Mal So Ich habe mal ein bisschen durchgejagt Funktioniert sehr gut Ja, wechselst du erstmal an Munition wenn ich einen Typ zusammenschlag, okay? Ja, okay Oh, was kann denn der Schocker Ich glaube bei vielen ist es ziemlich cool, oder? Ja, das war jetzt Ja, das war jetzt Ja, ihr habt die doch Oh fuck Oh fuck Und schickert sie Ja genau, immer wenn ich nachladen, dann kommt es wieder Ja natürlich Das schaut schon aus wie so eine Falle Jawoll, jetzt ein Schocker Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Da Und leer Hat es ja gelohnt Das ist genau so scheiße wie dieser Flammenwerfer Aber die hat es schon mal zerlegt ein bisschen Die hat es aber gut zerlegt, Mann Ich bin mit der Klinker gerade zweimal durchgegangen Ah ja Bitte Ja darf jetzt mal da hoch? Ohne die Arschlöcher ständig kommt es Oha Ja Die merken schon, wir brauchen Kohlen, Mann Für die ganzen crazy Waffen Ja, aber jetzt tu am besten die Granatwerfer auf und ich meine Klingkanonen Dann sind wir glaube ich ganz gut gewappnet, oder? Ich glaube auch Jawoll Das mit Dauer ist ganz geil bei den Flares, weil dann bleiben sie länger da stehen Das war Das war ein guter Blauen Oh, haben wir wieder Militär, ne? Ja, natürlich Die brauchen drei aufgeladene Schüsse Mit Verarschen Boah Ist da gerade einer runtergefahren? Ne Okay SMG Ammo SMG Ammo Ach, das ist so bitter Sind wir auf dem Sack gegangen, sollen wir stehen bleiben Und dann auf einmal, weißt, wenn sie brennen und so Haaa, was wollt ihr jetzt gleich einmal? Dann laufen sie in eine andere Richtung So, hm, irgendwas war doch Dann werden sie irgendwann so, hm, irgendwas rollt Dann hab ich meinen Ofen aus Hab ich auch abgesperrt Hm Hab ich meine Fische gefüttert? Ja, irgendwie so Na, wenn sie brennen, werden sie nachdenklich Ja, endlich Hm Mir juckt mein Ars wie Sau Danke Aber nicht draußen, sondern drinnen Da darfst die Finger nicht hin Wenn sie jetzt hier ein scheiß Checkpoint ist, dann flippen Wie viel hinter kann man wieder Checkpoints setzen? Ist das ein Checkpoint? Ja, nimm ruhig, passt schon Achso, du Oh Gott Sorry Na, ich werde jetzt auch ausgeschliffen, wenn das ein Checkpoint gewesen ist Und da ist ein Lebensmaschine Ups Toll Ah, das hat man brauchen können bestimmt Mhm Ja, das sind die explodierende Kanäle, ne? Was ist das denn hier? Was ist das für Typen? Keine Ahnung Oh Oh Nooo Ist es wieder so weit, hm? Ich schieße mir einfach mal zusammen, weil Wer weiß, vielleicht kommen die rüber Ja, das ist wieder so ein scheiß Aufzug, Mann Ich glaube, wir haben jetzt wieder ein bisschen was vor uns Mhm Wieso können die nicht direkt da vorne ein Checkpoint machen? Die werden das jetzt dauert, dass es wieder 40 Folgen Und es kommen Schlitze Mhm Schlitze sind ja die Schlimmste, das sind nämlich Ich werde erstmal eine Ladung Flares durchgegenschmeißen Ja, mach halt Na? Ich geh nach rechts Also längere Flares Zeiten sind super Ja, das ist wahr Na sagen wir mal, vielleicht haben die Granaten sogar Wirklich? Ah, bei dem anderen muss man 40 Wellen von Huh Haha Was ist die, Mann? Wow, da kommt noch Wow 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 Rennen wir mal weg Yeah, that's it Wann ich glaube, ich werde drücken? Nö Das heißt, wir warten noch Oh, per Pump-Munition mehr Shitty Ja, und jetzt? Ab Warten oder wie? Da kommen die Big Kings noch Ja, die sollen da jetzt erstmal ins Auto rennen Und schreckt Oh, das ist gut, das Blech Das ist gut, das Blech Das musst du schon mal probieren Jetzt habe ich wieder was gehört Ach, da haben wir einen Puma Ah ja, lass dich verrecken Uff Shit 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 Das geht hier aber alles hoch Ich glaube aber auch Ah, ah Du Fickst, warte, 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 warte Warte, warte, warte Ja, lass, halt nach Ja, lass, halt nach Ich zählte euch alle auf Fuck Was ist das für ein Scheißarsch? Oh Natürlich Ich hab Irgendwie schon beinahe vermisst Guuuuut Nimm Wow Alter, lauf, lauf So Äh, ich weiß nicht, was passiert ist Uff Schieß mit ein, was du hast Wirp, wirp alles, was du hast Boah Boah Flair Vielleicht schaffst du Uff Boah Seidst du mal, was das ist? What? Dick Komm, jetzt fliegt nochmal 40 Latte dem Ding nach Latte dem Ding nach Wenn, dann flipp ich aus Wenn auf dem kleinen Ding Mich Assis kommen An flipp ich aus Und wenn jetzt kein Checkpoint da ist Dann flipp ich auch aus Leck mich Ach da Na also War doch ganz einfach War doch ganz einfach War doch ganz einfach Ja hey Ja hey Ja hey Ja hey Ja hey Das ging mir auf den Sack Ich wusste gar nicht, warum ich die Munition hatte dafür Okay Okay, das heißt Ich Durchschlagskraft Granate vielleicht Granatwerfer Oh ja, da könnte ich mal gucken Granat Auf jeden Fall Ja Mhm Gut Flair ist jetzt voll Bah Okay Bei Flair können es noch die Dings noch Durchschlagsreichweite Ich würde ganz ehrlich sagen Bleib am Granatwerfer Ja Der Schocker ist gar nicht so cool Mach mal die Fackel auf brutal Dass der länger brennt Das ist eigentlich ganz geil Die Dauer Ja Ja Das reicht schon für das Erste Wollte eine Schrotflinte Oh, das ist ein leckeres Bier Boah Mhm Mhm Okay, passt Wo bin ich? Ah, hallo Da unten Mensch, wir kommen jetzt endlich mal in dieses scheiß Krankenhaus rein Ja Ich liebe meine kleinen Kanonen ohne Witzel, ich liebe sie so Die ist doch mega, man Dann habe ich 15 Schuss dafür Jetzt ist sie komplett voll, oder? Oder was fehlt dir dann noch? Ah Das Laser Visier Aber fuck it, du hast die scheiß Taschenlampe Das Ding ist eh 3 Meter groß ungefähr Ja, circa, gell Was heißt denn Sprengladungen eigentlich? Heißt das, dass es zweimal hoch geht, oder wie? Das wäre natürlich fett Bounce Und dann gleich nochmal Und nochmal Hooray Ja, komm Das geht schon ab Ja, mach doch Okay Okay Dann bis zur nächsten Folge bei Open Game Night Machs gut Achso, ich bin der Mann Aber das geht euch überhaupt nichts an Also, machs gut Servus 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 Neee Alter